Kreisläufer, sich frei zu drehen Heutzutage spielen Kreislaufer eine besonders anspruchsvolle Rolle. Man braucht den einen oder anderen Trick, um sich Platz zu schaffen und erfolgreich abzuschliessen. Der Abwehrspieler folgt dem Kreislaufer. Im Augenblick, in dem der Kreislaufer den Ball fängt, drückt er sein Gewicht zunächst zum Boden und dreht sich dann um den Abwehrspieler herum. Entscheidend ist nun, dass der Kreislaufer während der Drehung den Arm des Abwehrspielers blockt. Das Blocken des Arms kombiniert mit der Bewegung des Kreislaufers eliminiert die Fähigkeit des Abwehrspielers, den Vorstoß zu entschärfen. Achte darauf, wie der Kreislaufer den gegnerischen Ellbogen einklemmt.